Oh, da steht wer auf dem Dach. Kling, aufbau. Haha, großartig. Der ist vorwärts übers Geländer verschwunden. Er hat sich hingelegt. Nee, er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Ich sag aber noch einer. Oben ist noch einer im Haus. Ja, ne, mach's gut. Haha, sehr gut. Ich guck gerade hoch. Unser Typ fällt aus der Tür.